Wir sind hier wieder bei Borderlands und ich werde jetzt mal hierhin reisen und ich glaube das war zu MCLC Okay, das ist ein DLC Ich bin hier im wahren Kammerjäger Modus Das heißt, das wird auch ein bisschen schwieriger Und jo Ich bin definitiv mal gespannt Jaja Gut Oh oh Interviewe ich den einzigen Torbettkämpfer, der einen Showdown mit dem Torbler überlebt hat Eine Stücke, wie geht's? Was ist deine Lieblingsfarbe? Hast du den Film über den Basketball spielenden Hund gesehen? Was war dein erster Kuss? Hast du die Fortsetzung von dem Film mit dem Basketball spielenden Hund gesehen? Wo der Hund im Zweck aufliegt und wenn ja, welchen Film fandest du Wasser? Pfff Großartig! Nächste Frage! Wie findest du meine Gesichtsbehaarung? Nein, du kannst du die Danke! Wie schätzt du die Schoßen des Kammerjägers gibt, die gefläßig fucking verbleiben? Wird er gewinnen? Wird er sterben? Was denkst du? Okay Okay Jetzt kann ich sein Ernst zeigen! Ellie ist noch eine Karte zu heben! Erweitere mal deine Definition von Schönheit, du Traffel! Nein! Mit dir rede ich nicht mehr! Dein Sachverstand in Sachkörperschaften ist bestfalls wirkt ab! Ich finde es ein geiler Charakter! Der rockt irgendwie! Hey, komm her! Damit ich dir was im Vertrauen zuflüstern kann! Mach mal! Also ... Was sollte ich gehen? keine Föße! Und so ein paar Klicks im Econet bescheren! Ich werde aber nicht, dass du sterbst! Weil du cool bist! Oh, Mist! Schlüsste dir ja gar nicht mehr! Bitträder! Ich ... ... Jetzt. Jetzt hab ich hier so ne scheiß Waffe schon doch noch. Ja. Oh, ging da. Was haben wir denn für ein Level? 51er. Okay. Also haben wir hier auch ordentlich zu tun. Die sind im Level höher als ich. Und vertragen auch denen entsprechend die Menge. Oh. So. Aber es gibt ein bisschen Erfahrungspunkte, die brauche ich ja unbedingt. Eieieiei. Ach, das hab ich gar nicht gesehen, das da. Was auf mich ballert. Ich krieg nicht mehr hin. Oh doch. So. 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 probiere oder die Pompgan hm 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 alter sogar ah gut der hat auch so'n scheiß fehlt ja jetzt wenn er anfängt zu brennen bum 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 ey alter die Kraft riecht hier ausgewählt und das bringt nichts aber das kann der mal dahinten getroffen werden ja boah alter kommt schon muss aber ordentlich rufknallen wenigstens ein bisschen riecht aber das nüch das nüch das nüch das nüch und das geht schon die ist auch nicht doll ich bräuchte mal wieder ein Level Aufstieg und neue Waffen das nüch so was ist denn hier aber dazu also ich will jetzt mal hier gucken ne bisschen Automat da werde ich mal bisschen was herkaufen die benutze ich sowieso nicht die benutze ich nicht die benutze ich nicht die nicht die behalte ich mal kurz ähm den behalte ich kann weg kann weg kann weg kann weg kann weg weil die gar nicht so schlecht war kann auch weg auf der Fakt es gehen nicht schaden ne brauche ich nicht ne gestörte habe ich gar nicht so Granaten schlecht schlecht das weg ok ich hatte sehr viel Müll jetzt hier drin ok ah dann die ist schlecht nehm ich gleich noch Granaten mit und ich gucke mal also Schild Heikin bessere Granate 9000 die ist definitiv besser seltene Beute würde ich behalten die Rätschengröße dann nehme ich lieber bitte mit rennen jo bam dafür gibt es gar keine XP so also Waffenkisten könnte ich gebrauchen das mich mal mein gesteuertes Schlösserknackprogramm anwerfen rium bäm so was hängt denn hier ok jetzt gibt es ein fight wachen ok nahkampf ist die schulen ganz gut hier oh 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 ah aber das schaffe ich das schaffe ich bestimmt ne das war nicht da mh sehr gut ich sag das ist eigentlich mit diesen Viechern mit diesen Kameras diese Fliegenden die machen keinen Schaden oder boah du du spinnst voll alter schlechter boah nicht mit mir nicht mit mir ein dreinhorn eine kleine bett ist eine Herausforderung hier ist natürlich auch nicht schlecht schade nicht weg rennen alter nicht weg rennen oh verdammt oh verdammt uuuh bumm 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 so was ist nun machen die Kameras irgendeinen Jan weil irgendwie kümmere ich mich gerade erst mal gar nicht der ist auch weg da haben wir noch ein boah bumm sehr schön zu wo 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 ich dachte mir schon dass sieht aus wie eine Falle bei niemanduna sie beliebt Den sollte ich kriegen Vielleicht habe ich den noch Nein, 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 nein Warum rennt der auch weg? Warum rennt denn der auch weg? Den hätte ich eigentlich kriegen müssen Scheiße Ah, Mann Kot Hier versuche ich jetzt mal Guck mal, wie cool ich jetzt aussehe Übrigens, was ich versuche Ich versuche hier die Die Wummer Eigentlich geht die nämlich übelst Also die macht übelst schaden eigentlich Deswegen Probier ich mal, ob ich Damit zur Strecke bringe Das einzige, was an der Blut ist Die macht keinen Elementarschaden Glaub ich Glaub ich